Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net. Ab sofort stehen wieder sehr windige bis stürmische Zeiten ins Haus. Zum Teil drohen auch orkanartige Böen an der See und in den Gipfellagen. Das sehen wir hier auf dieser Wetterkarte. Vor allen Dingen morgen gibt es ziemlich viel Wind zum Abend hin und auch in der Nacht zum Freitag. Und dazu jede Menge Regen. Regen, Regen, Regen. Und das über den Jahreswechsel hinaus. Regional mehr als 100 bis 150 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Die aktuellen Prognosen deuten sogar auf bis zu 200 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in den kommenden 10 bis 14 Tagen hin. Und das führt natürlich wieder zu steigenden Flusspegeln. Das schauen wir uns alles hier in diesem Wettervideo an. Weihnachten, das hatten wir schon vor über einer Woche geklärt, wird grün werden und nicht weiß. Vielleicht noch ganz oben in den Hochlagen liegt noch ein bisschen Schnee in den Gipfellagen der Mittelgebirge. Da ist noch nicht alles abgetaut, aber unten für die meisten gibt es dann doch eher weitgehend grüne Weihnachten. Wir schauen aber mal auf die Höchsttemperaturen von gestern. Und da ist es kein Wunder. Grüne Weihnachten bei Temperaturen in Bayern von bis zu 14,2 Grad. Gestern als Tageshöchsttemperatur. München 13,4 Grad. Kempten 12,8 Grad. Das ist eine vorfrühlingshafte Wärme, die sich da bei uns im Land bereits festgesetzt hat. Ja und der angekündigte Regen ist seit gestern auch voll da. Das sind die Regensummen von gestern Morgen bis heute Morgen. Da haben wir teilweise hier in Nordrhein-Westfalen bis zu 34 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. Essen 24,5 Liter Regen pro Quadratmeter. Soltau 19,4 Liter Regen pro Quadratmeter. Ja und dieses nasse Wetter setzt sich fort. Der Wind bleibt uns auch weit verbreitet erhalten. Ja und bisher ist dieses Wetterjahr 2023 das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Einige hatten ja gestern dazu noch gefragt, ist es denn auch das nasseste Wetterjahr seit 1881? Da schauen wir uns mal diese Grafik hier an. Und hier sind die Niederschlagsummen aller Jahre aufgeführt seit 1881. Und hier liegen wir im aktuellen Jahr knapp unter 900 Liter Regen pro Quadratmeter. Raufgerechnet auf die Fläche von Deutschland. Aber wir sehen durchaus, da gab es noch viel nassere Jahre in der Vergangenheit. Das heißt, dieses Jahr ist bei weitem noch nicht das nasseste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Aber da kommt noch einiges vom Himmel runter. Bis zum 5. Januar haben wir hier die ganz frischen Daten dargestellt. Von heute Mittwoch früh in Sachen Regensummen vom amerikanischen GFS-Modell. Ja und da ist wirklich einiges drauf auf der Wetterkarte. Bis zu 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter nach Norden. Im Osten bis zu 120 Liter Regen pro Quadratmeter. Und dann so richtig nass könnte es im Süden werden. Und besonders hier im Südwesten, wir sehen hier im Schwarzwald 200 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Und das Ganze fällt meist als Regen bis in die Gipfellagen bis Anfang Januar. Und da kann man sich schon ausrechnen, das Thema Hochwasser wird uns weiterhin begleiten. Und sollte das alles so eintreten, dann könnte es tatsächlich im Süden und im Westen auch ein größeres Hochwasser geben. Ein umfangreiches Hochwasser. Wir werden das hier bei wetter.net weiter beobachten. Wir beobachten auch die Ensemble-Prognose. In diesem Fall für Hamburg bis zum 5. Januar. Und wir stellen fest, der Hauptlauf, der versucht so zum Monats- und Jahresende nach unten zu gehen. So ein bisschen Richtung Frostbereich. Aber wir sehen auch, das Ensemble-Mittel bleibt eigentlich relativ konstant um 5 Grad. Ja, und mittlerweile gut herausgearbeitet. Genau um Weihnachten, der Wärmeberg bis zu 10, 11, 12 Grad. Was wurde da alles diskutiert? Weiße Weihnachten, kalte Weihnachten. Anfang Dezember war es ja extrem kalt. Und die Wetterlage hat sich aber komplett gedreht, wie erwartet von den Ensembles. Jetzt ist es richtig mild geworden an Weihnachten in der Prognose. Bis zu 10, 11 Grad sind da möglich. Und dazu immer wieder Regen. Viel Niederschlag ist auch in München zu erwarten bis zum 5. Januar. Immer wieder Niederschläge. Und hier besonders interessant der Hauptlauf, auch der eisig kalte Ausreißer. Zum Jahresende zum Teil Dauerfrost ein paar Tage lang. Und dazu Schneefälle. Aber auch dieses Spiel kennen wir. Wir schauen auf das Ensemble-Mittel. Und das will von all dem nichts wissen. Hier auch der Wärmeberg über Weihnachten hinweg. Bis zu 10 Grad. Auch in München. Danach Temperaturen 5 bis 7 Grad. Also das ist momentan noch ein sehr starker Ausreißer. Genauso wie das hier ein sehr starker Ausreißer in Richtung milde Temperaturen ist beim Hauptlauf. Bis zu 10, 11 Grad zum Start ins neue Jahr. Also wenn es wirklich kalt werden würde, ist sofort die Prognose danach wieder plus 10 Grad und Tauwetter. Und deswegen bleiben wir erst mal beim Mittel. Wenn das Mittel hier runter absackt in den Gefrierbereich, in den Frostbereich, dann können wir mal drüber spekulieren, was da uns bevorsteht im Süden des Landes. Aber bis dahin ist es erst mal nur ein eisig kalter Ausreißer. Dazu der Blick auf Niederschläge. Wie gesagt, es könnte auch hier sehr, sehr nass werden. Bei uns wird es wechselhaft. Und nass Tiefdruckgebiete kommen uns näher. Die Hochs sind weggezogen. Deswegen ist es jetzt heute schon sehr windig in Deutschland. Es gibt viele Wolken, zum Teil kräftige Regengüsse, Regenschauer. Die Temperaturen erreichen so 5 bis 7 Grad. Auch in der kommenden Nacht viele Wolken immer wieder Regen. In den höheren Lagen auch mal Schnee, Regen oder Schnee. Ansonsten Temperaturen 6 bis 1 Grad und eben eine sehr windige Angelegenheit. Morgen am Donnerstag viel Regen, Dauerregen und sehr viel Wind. Vor allen Dingen zum Nachmittag und Abend hin nimmt der Wind hier aus Norden deutlich zu. Zum Teil Sturmböen in den Tiefenlagen bis zu 80 Kilometer pro Stunde. An der See orkanartige Böen, auch in den Gipfellagen vom Harz beispielsweise über 110 Kilometer pro Stunde. Immer wieder kräftiger Regen und die Temperaturen sehr mild für die aktuelle Jahreszeit. 8 bis 11 Grad. Und genauso geht es auch weiter am Freitag mit einer kleinen Ausnahme. Da suppt so ein bisschen kühlere Luft hier in den Nordosten rein. Da kann es auch mal Graupelschauer geben, Schnee, Regenschauer. Aber hier im Rest des Landes bleibt es sehr mild bis 9 Grad. Viele Wolken, immer wieder Regen und wir blicken auf den Samstag vor dem Heiligen Abend. Da auch zum Teil nochmal Schnee, Regen, Graupelschauer im Nordosten. Da ist kühlere Luft unterwegs, aber im Rest des Landes sehen wir hier deutlich mildere Temperaturen. Bis zu 10 Grad und zum Teil immer wieder kräftiger Regen. Und dann am Heiligabend ist auch die kühle Luft wohl wieder im Nordosten komplett verschwunden. 11, 12 Grad und sonst 13 Grad zum Teil in der Landesmitte. Also ein sehr milder Heiligabend kündigt sich aktuell an mit kräftigen Regengüssen. Weiterhin ist es sehr windig und sehr, sehr unangenehm. Noch der Blick auf den ersten und den zweiten Weihnachtsfeiertag. Es bleibt mild. Am ersten Weihnachtsfeiertag 5 bis 13 Grad. Neuer Wind hier vor allen Dingen im Norden des Landes. Kräftige Regengüsse. Der zweite Weihnachtsfeiertag und der Mittwoch danach beruhigen sich ein bisschen. Es wird ein bisschen weniger Regen werden. Der Regen zieht sich nach Süden zurück bei 2 bis 9 Grad am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und am Mittwoch danach werden noch 2 bis 7 Grad erreicht. Hier mal die Spitzenböen bis zum Heiligen Abend. Und da sehen wir durchaus hier an der Ostseeküste, an der Nordseeküste, orkanartige Böen. Auch im Rest des Landes zum Teil Sturmböen bis in tiefe Lagen. Das kann eben gefährlich werden. Ich sagte es mehrfach, das Erdreich ist aufgeweicht. Die Bäume haben kaum noch festen Halt. Und wenn jetzt der Wind in den Sturm reindrückt, dann können die Bäume hier und da recht schnell umstürzen. Ein Blick weiter Richtung Schnee. Und da hatten wir ja eben schon gesehen, der Hauptlauf im amerikanischen GFS-Modell berechnet eine Abkühlung zum Jahreswechsel. Und damit hängt auch zusammen, da wird schon wieder Schnee berechnet. Dieses Mal so Silvester auf Neujahr. Da könnte es tatsächlich irgendwo in der Landesmitte Schneefälle geben. Aber auch das müssen wir erst mal noch mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen versehen. Sieht für alle Winterfreunde sehr schön aus. Aber genau so eine Wetterkarte haben wir vor ein paar Tagen noch gesehen für Weihnachten. Nun haben wir schon gesagt, Vorsicht, Vorsicht. Die Ensembles wollen von Winter überhaupt nichts wissen. Und wir sehen jetzt, wir haben gut gelegen mit dieser Prognose. Und auch das hier würde ich erst mal mit einem großen Fragezeichen versehen. Ist gut für eine Schlagzeile, weißer Jahreswechsel. Aber wie gesagt, das ist alles andere als in trockenen Tüchern. Das sehen wir auch hier auf der Ensemble-Prognose vom europäischen Wettermodell bis zum 4. Januar. Die Prognose eigentlich im Mittel immer im positiven Bereich. Also kein Frost zu erwarten. Dazu Niederschläge im Norden. Wir blicken weiter nach Westdeutschland. Auch hier insgesamt das Mittel der Temperaturen bis zum 4. Januar im positiven Bereich. Und stellenweise immer wieder zum Teil kräftiger Regen. Und auch im Osten des Landes die gleiche Wetterentwicklung. Relativ mild Temperaturen bis zu 10 Grad über die Weihnachtsfeiertage. Danach ein klein wenig kühler. Aber der große Wintereinbruch ist da auch nicht zu erkennen bis zum 4. Januar. Und immer wieder Regensignale. Und wir schauen nach Süddeutschland. Auch hier insgesamt sehr wechselhaft vor den Feiertagen. Über die Weihnachtsfeiertage sehr, sehr mild. Wir sehen hier Weihnachten die Spitze der Temperatur bei 10 Grad. Danach etwas kühler. Aber auch hier ist nicht wirklich so eine Einwinterung in Sicht. Aber wir sehen auch, es gibt Läufe, die gehen vermehrt in den frostigen Bereich. Wenn das Mittel hier runter sackt und wir irgendwo hier schon sind von der Zeit her, dann wird das Ganze spannend. Aber bisher ist es wirklich nur ein weit entfernter Trend. Und wir schauen in die Landesmitte hinein. Auch hier genau zu Weihnachten der Wärmeberg über der Landesmitte mit bis zu 10, 11 Grad. Und danach Temperaturen um die 7, 8 Grad. Und immer wieder ist da Regen zu erwarten. Also sehr, sehr spannend geht es weiter. Die nächsten Tage bringen uns viel Wind, Sturmpotenzial, Hochwasserpotenzial, viel Regen. Vor Weihnachten, teilweise über Weihnachten und nach Weihnachten. Und was dann passiert zum Jahreswechsel ist noch sehr, sehr unsicher. Die Ensembles wollen jedenfalls nichts wissen von einem Wintereinbruch. Der Hauptlauf vom GFS-Modell dagegen sagt, da könnte was im Busch sein. Aber wie gesagt, der Busch, der ist so weit weg, das müssen wir wirklich noch erstmal abwarten. Tschüss, bis bald.